erhöhten sich die Lebenshaltungskosten im September zwar um 0,2 Prozent, die Teuerungsrate, die die Preisentwicklung in den letzten zwölf Monaten widerspiegelt, sank aber erstmals wieder unter die 4-Prozent-Marke, und zwar auf 3,9 Prozent. Im August hatte sie 4,1 Prozent, im Juli 4,4 Prozent betragen. Den Berechnungen liegen Zahlen aus vier Bundesländern zugrunde. Zwei Wochen vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse haben die Veranstalter heute die umstrittene Zulassung iranischer Verlage zurückgezogen. Zur Begründung hieß es, die Eskalation der Emotionen habe die Buchmesse als forumfreier Meinungsäußerung bedroht. In der deutschen Öffentlichkeit war die Teilnahme der iranischen Verlage wegen der Morddrohung aus Teheran gegen den britischen Autor Salman Rushdie auf Kritik gestoßen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. September. Ein breites Bewölkungsfeld erstreckt sich von Südskandinavien über das westliche Mitteleuropa bis nach Südfrankreich. Es kam insgesamt nur langsam ostwärts voran, während sich einzelne Wolkenpakete über Deutschland hinweg nordwärts bewegten. Die Bewölkung gehört zu einem Tief, das heute Abend mit seinem Kern über Schleswig-Holstein angelangt ist. Sein quer durch Deutschland verlaufender Ausläufer trennt Warmluft im Osten von kühler Meeresluft im Westen. Während das Tief bis morgen Mittag zur mittleren Ostsee abzieht, gelangt ganz Deutschland in den Zustrom recht kühler Meeresluftmassen. Die Vorhersage für morgen. Wechselnde, zeitweise starke Bewölkung und wiederholt Schauer oder kurze Gewitter. Tiefsttemperaturen 9 bis 14 Grad. Tageshöchstwerte 13 bis 18 Grad. Mäßiger Wind aus Nordwest bis West. Die weiteren Aussichten am Samstag vor allem im Süden vorübergehend freundlicher und geringer Temperaturanstieg. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin Konflikt, Bergarbeiterproteste in Bukarest. Paragraf 218, der Streit im Bundestag. Und Dallas, auf South Fork, gehen die Lichter aus. Rauch der Budwebe. Nichts Bukarest schleTurns. Not só für dich. Lieftige Wind aus Nordwest